Wir sind Krebsblogger. Wir sind Patienten, die Krebs als Lebensumstand erleben, verarbeiten, bekämpfen und unseren eigenen Weg finden, damit umzugehen. Wir teilen unsere Erfahrung, wir informieren und schaffen Bewusstsein. Wir besprechen Probleme, Nebenwirkungen, Sorgen, viele Sorgen und Herausforderungen. Aber wir erzählen euch auch von unseren schönen Erlebnissen, unseren Erfolgen und lassen euch an unserem Hier und Jetzt teilhaben. Wir Krebsblogger sind Gesichter und Stimmen einer Krankheit. Wir haben einen Qualitätsanspruch an unsere Krankheit, Sendebewusstsein unserer Community gegenüber und entsprechendes Verantwortungsgefühl, wenn es um den Wahrheitsgehalt in unserer Geschichte geht. Wir sind echt. 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 Wir sind echt.